Dvipada Shersha Adho Mukha Vrikshasana ist der Handstand mit beiden Füßen Richtung Kopf. Komme zunächst in den Handstand Adho Mukha Vrikshasana, dann beuge beide Knie und gebe dann beide Füße zum Kopf und so bist du in Dvipada Shersha Adho Mukha Vrikshasana. Eine schöne Flexibilitätsübung, die natürlich auch das Gleichgewicht kultiviert.